Weihnachtsmarkt Spandau Sam, bitte Ich arbeite um die Krone, aber dann muss es gehen aus. Ich wollte jetzt erstmal das in der Pause haben. Also hast du verschiedene Fragen. Komm, ich werde die nächste Pause haben. Danke für die Pause. Das war's. Das war's. So, und auch du bekommst ein Programm vom Weihnachtsmann, ne? Ja, so. So, das war okay. So, das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.